Ich finde es ja trotzdem erbeachtlich, dass wir trotzdem 5-0 im ersten Inning schon wieder gemacht haben. Also sowas ist ja wirklich ganz, ganz ein Seltenheitsfaktor. Oh mein Gott, guck du auf den Ball, ey. Da kannst du auch nicht fassen. Was hab ich da falsch gemacht? Das geht doch gar nicht. Doch, du hast einfach... Oh, das sieht aber vom Gesicht aus wie Alex Rod... Alex Rodrique ist, genau. Du musst jetzt gerade mal selber überlegen mit dem Namen. Strike one. Gucken. Sehr schön, ey. Boah, knapp. Aber trotzdem. Also ein Change auf hinterher. Boah, jetzt komm hoch, ey. Sehr schön. Gut gespielt. Genau, great reactions. Das war wirklich sehr gut. Oh nein, warum bin ich nicht hingelaufen? Miguel. Also den Namen kann ich bis jetzt noch immer nicht aussprechen. Ich bin einfach zu doof dafür. Guck mal, du hast einfach stehen. Was stehst du da? Sollst mal nach da laufen? Genau, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wolltest du bestimmt im letzten Moment machen, ne? Nur ganz lässig so, zack. Haha. Ich hab den Ball gefangen. Wir müssen jetzt eigentlich theoretisch überall das Gleiche stehen haben. Ja. 1000. Ein Run und RBI 1. Nein. Hahaha. Gut Reflexe von ihm. Curtis Grenderson. Curtis Grenderson. Ja. Lauf, lauf, lauf. Sehr schön, ey. Boah, genau die Linien lang. Das ist, glaub ich, das Tödlichste, was es gibt, ey. Weil da stellt man sich einfach gar nicht drauf ein. Da sieht man den Weg, den er laufen muss. Bis ganz hinten hin, ey. Wenn es dann noch so ein Ball ist, der vielleicht ganz hinter der Ecke liegen bleibt, wo er erstmal nicht hinlaufen muss. Meiner ist jetzt gegen die Wand und dann halt dann wieder abgesprungen. Das ist doch schon nicht schlecht. Naja. Das war aber schon wieder linienhaft hoch drei. Also. Wow. Das bringt nichts. Da braucht man eigentlich normalerweise gar nicht loslaufen, ey. Ah, das hasse ich ja, ey. Ich glaube, ich muss mich mehr konzentrieren. Boah, hat der einen geilen Ball drauf gehabt, ey. Der war heftig. Ah, ist egal. Mein Gott. Das ist ein guter Better, ey. Ich habe gerade seine Sachen angeguckt, also, nicht schlecht, ey. Strike two. So, was wollen Sie jetzt für einen Ball haben? Ein Slider. Oh, 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 oh. Victor Martinez. Alter, guckt der mit seinem Arsch her. Ey, geile Position, ey. Haldo. Ich bin's. Ab nach zweit. Und aus, aus, Doubleplay. Okay, sehr schön. Alle Bests wieder gereinigt. Oh, ein bisschen zu wenig. Oh, trotzdem noch. Sehr gut. Was ist da los? Würdest du dich schlagen, ey? Mal schauen. Haha, ganz lässig, ey. Da muss ich halt echt mal sagen. Also, Baseball-Typen, die gehören, also, finde ich, mit zu den lässigsten Sportlern, ey. Ohne Spaß, ey. Wie cool die ihre Performance ab und zu abliefern. Also, Performance kann man sich nicht nennen. Einfach all ihre... Einfach so fangen, Kaugummi kauen. Und das sieht man in anderen Sportarten seltener, eigentlich. Gut, Basketball ist auch noch ziemlich lässig. Was? Ne. Das gibt's nicht. Brad Gartner war das, ne? Yo. Ne, Home. Sehr gut. Sehr gut, Derek Jeter. Home and Run. Wer kann's gar nicht fassen, Olivier. Oder Oliver. Ich glaube, er soll ein Lupfer. Mein Gott. Ah, egal. 6-0, ey. Mein Gott, ey. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Um ehrlich zu sein. Aber dann gut. Ah. Mein Mann, möchte ich gerne hier die Controller reinbeißen. Ah, weil ich mich selber durch die Dummheit von mir ärgere, ey. Das habe ich jetzt diesmal gesehen. Das auch. So, 2-in-2. Ball 3. Full Count. So, jetzt kommt es drauf an. Entweder ein Strike. Oder ein Walk. Nein. Scheiße. So, Robinson Cano. Das zeigen sie jetzt jedes Mal, wenn er drankommt, ey. Er möchte ich gar nicht sehen. Ich weiß, dass du gut bist. Ah, ist der noch 500er noch da? Ja. Hat er den? Jo, er fängt den noch, ey. Genau. Wo läuft der denn hin? Das soll ein Duck-Out. Ein Forceball. 66 Kontakt und 66 Power. Kommt Brad Gardner. Roman Santiago. Der für eine 75 und 55 Power. Nicht schlecht. Und stopp. Machen wir mal. Ja, neue Ingewächste. Du gleich scheiße. Das ist echt doof. Trainer dachte bestimmt auch, boah, wechsel ich jetzt den ein, da macht er jetzt gleich den geilsten Schlag jetzt. Das war wohl nichts. Komm, next Fischer. Sehr schön. Nächster Eingang bitte. So, jetzt kommt Alex wieder. Ach, Kacke. Leider nicht weit genug. Schade. Boah, Yankees ganz oben, natürlich. Sehr schön. Brennan, Bursch. Mann, schon wieder so einer. Ja. Boah, Glück gehabt, ey. Sehr gut. Ich muss mal kurz was gucken. Da oben, also ich, na, ich kenne es leider nicht. Schade. Da oben in der blauen Liste, da ganz oben, da stehen unsere ganzen Spieler mit den ganzen Punkten auch wieder. Er hörte sich wieder gut an, aber leider ein Fobball. Schade. Allblaue Liste da oben. Ist auch cool, ey. Alles so detailliert zu sagen, komm. Was haben die denn hier für Sponsoren? Mal gucken. Da sieht man jetzt gar nicht so toll. US of a tail. Und put a zero up on the board, so they can at least get to open the door. Pfff. Und da noch ein paar andere Sachen, aber wie gesagt, das kennt man auch gar nicht. Das ist so wie eine Bank, glaube ich. Gut, LL Lama Coffee. Aha. Schon so ein teurer Kaffee irgendwie so was, ey. Scheiße. I'll tell you what, he can really swing the bat. He is some kind of offensive player and really the guy this offense looks to. They don't get on in front of us. Erster. Sehr schön. 8-0. Oh, scheiße. Ah, schön eingetroffen. Guck mal. Oh, jetzt blutet er da. Oh, oh, oh. Weißt du, beim Fußball, wenn dann ein Publikums-Typ da einen Ball abbekommt, das tut zwar auch weh, aber es ist jetzt nicht so doll extrem. Aber so ein Baseball in die Fresse zu bekommen, ey, lieber Mann, mein lieber Mann. Das ist überhaupt nicht schön. Oh, nein. Was? Ach so, ich wollte schon gerade sagen. Bin ich doch jetzt nicht aus? Galos. Ja, und ich werfe noch nicht mal das richtig Feste. Ich mache immer so leichte Dinger nur. Und trotzdem schaffen sie es nicht. Jetzt aber maximal. Ja, okay. Tschüss. Die lasst den Pitcher, glaube ich, drin, oder? Boah, im Moment macht er echt gute Arbeit. CC.